Gestern habe ich die zwei Coffee-Still-Whiskies von Loch Lommen probiert und heute folgt sozusagen der Gegenspieler aus Fernost, der Nika Coffee Malt mit 45 Volumenprozenten. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Mit der Namensgebung ist das so eine Sache. In meinem Loch Lommen-Video sagte ich, Nika ist etwas freizügiger, aber auch nur begrenzt. Ich meinte damit, dass sie sofort Coffee Malt schreiben. Da ist ja das Wort Malz schon im Titel enthalten. Weiß man schneller, um was es gehen könnte, drücke ich mich mal so aus. In der Unterschrift steht aber auch sofort Single-Grain-Whisky. Wobei für meine Definition ein Grain immer ein ungemälztes Getreide ist, welcher Art auch immer. Also so denke ich mir das. Muss nicht bei jedem so sein. Deshalb auch hier so ein bisschen verwirrend mit dem Ausdrücken. Sie müssen wohl allen gerecht werden, damit sie in den unterschiedlichen Märkten die Flasche, denke ich mal, verkaufen können, ohne Rechtsschwierigkeiten zu bekommen. Bei Loch Lommen steht ja einfach nur Coffee Still drauf und dann unten sozusagen gebrannt aus 100% gemälzter Gerste. Also sie machen es auch etwas doppelt gemoppelt und nennen das Ding eben Single-Grain-Scotch-Whisky. Okay, aber zu unserem Nicker-Kandidaten. Er ist doppelt so teuer, sage ich mal sofort. Also ich mache ihn im direkten Vergleich. Ich hatte gestern die zwei Loch Lommens. Jetzt ihn. Deshalb, diese Erinnerung ist frisch. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren vom Sehen, aber habe ihn noch nie probiert. Und dachte mir, wenn ich jetzt schon die Loch Lommens nehme, nehme ich auch ihn. Böse Sache beim Kauf. 49 Euro. Dafür kriege ich beide Loch Lommend-Abfüllungen und habe sogar noch ein paar Groschen über. Tja, deshalb mal gucken, was er so kann. Ich blende euch die Farbe ein. Ich habe jetzt keine ordentlichen Angaben gefunden, ob dieser hier gefärbt ist oder nicht. Aber man kann auf jeden Fall nochmal schön den Loch Lommend sehen, der nach meinem Ermessen oder nach meiner Einschätzung umgefärbt ist. Gut. Loch Lommend hat mir sehr zugesagt. Also fand ich spannend. Deshalb gehe ich hier auch sehr optimistisch dran. Generell, dieser schöne, fruchtige, japanische Charakter, um das jetzt mal so ganz zu verallgemeinern. Und das jetzt auf dieser Coffee-Still, die beim Loch Lommend auch tolle Sachen rausgekitzelt hat, stelle ich mir spannend vor. Auf der Nika-Internet-Seite gibt es ein paar tolle Sätze, die ich nicht ganz verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ich gucke mal, ob ich sie verlinke oder einblende. Da steht praktisch für mein Verständnis so etwas wie ältere Badges. Oder er ist nicht 100% nach den Regeln der japanischen Whisky Association produziert. Da ältere Badges verwendet werden, die Ben-Navis-Destillat enthalten. Ob die das dann nochmal auf die Säulendestillationsanlage in Japan geschüttet haben? Ich verstehe es nicht so ganz. Ob diese Badges für jede neue Abfüllung herangezogen werden, weil sie unterschiedliche Jahrgänge nehmen? Oder weil es einfach da draußen noch Badges der Abfüllung im Umlauf gibt, die schon vor 10 Jahren abgefüllt wurden? Was meint ihr dazu? Ich blende euch auch einmal den Namen der Brennerei ein, wo dieser Coffee-Malt gebrannt wird. Es ist eine einzelne, also in dem Fall auch ein Single-Coffee-Malt. Ein Single-Grain-Coffee-Malt. Ihr merkt die Problematik. Gut, ich glaube, so das Wesentliche habe ich erzählt. Wie gesagt, Alter ist ja auch nicht bekannt. Und bei Loch Lomond habe ich gemerkt oder die Vermutung geäußert, dass so ein Produkt, das auf einer Säulendestillationsanlage kontinuierlich gebrannt wird, gar nicht so alt sein müsste. Ich fand, also ich war sehr positiv überrascht. Viel, viel mehr Malzigkeit, Teigigkeit, viel mehr Eiche. Ja, erster Eindruck, was ich ihm noch sagte. Er kommt mir älter vor. Er muss nicht so jung sein wie der Loch Lomond. Der Loch Lomond, von der Einschätzung her, hatte ich sofort das Gefühl, oh, was Junges, Freches, was ich gut fand. Hier habe ich einen richtigen malzigen Körper und längst nicht so fruchtig wie der Loch Lomond. Ihr merkt, ich bin immer direkt im Vergleich zu Loch Lomond, deshalb sagte ich das. Also im Prinzip müsst ihr das Video davor vorher schauen. Würzigkeit, Holzwürze, wie gesagt, Malzigkeit. Weder besonders süß, was jetzt der Loch Lomond war, der anpietet, noch besonders fruchtig im Moment. Ich habe wirklich eher wieder diese typischen japanischen Assoziationen von einer Blumigkeit. Eine leichte Zitrusnote ist drin, auf jeden Fall. Können wir auch darüber streiten, ob die rüber geht zu Orange. Aber stark ist die nicht, für mein Verständnis. Sondern da kommt eher diese blumige Note. Und dann Würze und wie gesagt Malz, also diese Malznote. Ganz, ganz stark vertreten. Von Nicker gibt es auch nochmal einen, oh, wie schimpft er sich? Zur Not bin ich es ein, wenn ich es falsch sage. Einen Coffee Grain. Wenn das ein Coffee Malt ist, dann muss das andere ja ein Coffee Grain sein, der dann wirklich, glaube ich, aus Korn steht bei, also aus Mais gebrannt wurde. Ich greife einmal kurz rüber. Ich muss das jetzt eben im direkten Vergleich haben. Oh ja. Also, viel leichter, frischer, fruchtiger. Wirklich, Frucht steht hier im Vordergrund und gar nicht so sehr das Malz. Und längst nicht die Holzwürze. Und das ist bei dem Nicker genau umgekehrt. Malzigkeit, Holzwürze, Blumigkeit. Also wenn ich die beiden im Blind-Tasting hätte, würde ich, glaube ich, den Nicker eher als den klassischen Malz-Whisky betiteln. Obwohl diese blumige Note mich stören würde. Wo man wieder Richtung Ben Nevis geht, wo das vorhin fiel, ne? Dieses Wort. Oder diese Brennerei aus Schottland. So, wir nehmen ihn mal. Wow. Sehr schön. Es kommt eine Süße rüber, die ich dem nie zugetraut hätte. Die ich in der Nase einfach nicht habe. So eine Art, ich sagte beim Grain ja eben Korn, also Mais. Ich bin wirklich bei so stark gezuckerten, leicht karamellisierten, gibt es ja mittlerweile auch Popcorn. Also von der Süße her und diesem Karamell dabei. Und dann dieses Süße vom Mais. Obwohl da gar kein Mais drin ist, versteht mich nicht falsch. Nur als so Grundassoziation, als Erklärung. Also von der Nase finde ich ihn dann eher ein bisschen schüchtern, leicht verschlossen. Und dann zeigt sich nicht so richtig, aber im Geschmack eine wahre Explosion. Gerade an Süße und an einer leichten Karamell-Assoziation. Und dann auch Malz. Malz, Malz, Malz. Kriegen die wunderbar rübertransportiert über ihre Coffee-Stills. Still, Stills. Zwei Stück haben die mal nicht. Und danach eine wunderbare, intensive, würzige Note, die aber nie zu stark wird. Hört sich verrückt an. Ihr kennt europäische Eiche. Gerade frische Eiche, wo dann einfach mal kurz so ein First-Fill-Sherry-Bud rausgemacht wurde. Das ist oft zu viel, zu stark. Das haut einen richtig um. Hier ist das immer ein schönes Britzeln, nenne ich es jetzt mal. Komm nicht vom Alkohol. Diese 45 hauen jetzt niemanden um. Braucht der, glaube ich, auch. Da ging doch kurz mein Telefon. Aber nun weiter zu unserem Kandidaten. Ich habe jetzt ja eine kurze Zwangspause gemacht. Habe ihn aber immer noch so stark im Mund. Oder so schön mundausfüllend da. So ein schönes Whisky-Gefühl, das man liebt, wenn man am Abend wirklich nur 1, 2 Drums trinkt, aber den ganzen Abend davon zehrt. Das ist nicht wie bei einem alten 25-jährigen Schotten. Irgendwie anders. Diese leichte Würze. Also er hat einen schönen, würzigen Teil, den der Loch Lomond überhaupt nicht hat. Und hier ist das niemals jetzt irgendwie so stark wie bei europäischer Sherry-Butt-Eiche von so einem First-Fill-Fass. Diese jungen Dinger, wie sie heute in Schottland tausendfach abgefüllt werden. Nein, hier ist das irgendwie so ein bisschen subtiler. Aber permanent so eine schöne Würze, so ein leichtes Britzeln. Nicht mit so einem Alkohol-Britzeln vergleichen, bitte. Wunderbar. Tolles Ding. Wir nehmen ihn nochmal. Ja, diese Popcorn-Karamell-Süße, gefolgt von einem malzigen Körper. Ich finde, hier ist diese blumige Note doch weiter im Hintergrund. Auch hier eher Zitrustöne. Durch diese Süße wandeln die sich schnell zu anderen, ich sag's jetzt mal so, ganz neutral tropischen Früchten. Wird dann aber von dieser würzigen, schönen Note eingeholt, die diesen Malt zwar zum Ende hin dominiert, aber nicht monoton wirkt, nicht alles überlagernd. Hm, ja, 50 Euro ist ein Wort, aber der ist auch speziell auf seine Art. Schönes Ding. Also jetzt würde ich ja doch gerne auch mal den Coffee Grain probieren, wie sich da der Mais entwickelt. Ach Mensch, das ist auch immer was hier mit meinen Flaschen. Da dachte ich, nehme ich die beiden Loch Lomunds und dann kann ich mal diesen bekannten Whisky mit probieren. Und jetzt muss ich mir wieder einen holen. Muss ich mir von ihm was Kleines zur Seite stellen, damit ich ihn dann vergleichen kann mit seinem Bruder, dem Grain, dem Coffee Grain. Hm. Also wirkt viel, viel älter, sehr erwachsen. Ich nehme jetzt mal den Loch Lomund. Müsste jetzt eine totale Fruchtbombe sein. Mehr so rum funktioniert das nicht. Das merke ich jetzt schon. Manchmal ist das so, müsste man vorab trinken. Man könnte ein schönes Coffee Malt Tasting machen. Ja, ich habe jetzt diese Frucht danach, wirkt er relativ flach. Die Aromen kommen nicht durch. Er ist auch viel leichter vom Aufbau her. Habe ich schon gestern auch gesagt und gemerkt. Er ist aber süßer. Dann kommt die schöne Zitrusnote. Oh, die kommt nochmal durch. Der Rest geht ein wenig unter. Sollte man vorab trinken. Aber ja, die beiden unterscheiden sich super schön. Dass man sie in einem Tasting, jetzt natürlich umgekehrt, perfekt kombinieren könnte. Den Pietet wüsste ich jetzt nur nicht, wo man den hinsteckt. Ob man den wirklich vorher trinken kann und dann ihn, hm, wenn man den Loch Lomund Pietet hier nach probiert, wird er, glaube ich, zu monoton mit dem Rauch. Ich habe was zum Spülen da. Aber das lassen wir mal. Jetzt habe ich noch diese würzigen Noten von ihm plus diese fruchtigen Noten vom Loch Lomund. Der gefällt mir gut. Ich habe noch ein, zwei Nicker-Abfüllungen hier hinten bei mir stehen, die ich auch noch. Ja, ich habe so viel, was ich probieren will, in den nächsten Wochen probieren möchte oder Monaten. Da muss ich ihn auch nochmal ranziehen. Ich muss diesen Coffee-Grain mitbestellen, dass ich das zusammen mache. Ja, wirklich so eine Karamell-Süße. Der andere ist süß-süß, um es mal so zu sagen. Ja, so eine schöne Karamell-Süße, die dann übergeht in diese Malzigkeit. Okay, ich wiederhole mich. Ich muss sagen, er kommt eben sehr, wirklich von Aromen sehr voll rüber. Während der Loch Lomund, er wirklich von weicher, also einen viel weicheren Körper hat, einen viel weniger Aromendichte aufweist, um es so zu sagen. Den kann ich mir auch gut im Winter vorstellen, ohne Probleme. Beim Loch Lomund sagte ich, ich sagte nicht das Wort Sommer-Whisky, ich sagte, ich möchte ihn nicht im Winter probieren. Darauf möchte ich hinweisen. Kostet doppelt so viel, bietet aber etwas ganz anderes, das, was der Loch Lomund nicht kann. So hart muss man sagen. Wer diese Aromen dann eher haben will, muss er eben mehr zahlen. Ich möchte, obwohl, irgendwie rechtfertige ich den Preis, ohne dass ich dazu verpflichtet bin. Gut. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.